Das hier ist das schlecht bewertetste Addon im ganzen Minecraft Marketplace und ich habe es mir gekauft. Äh, was soll das? Ich dachte, wir haben uns jetzt einfach ein X-Ray-Resource-Pack runtergeladen. Aber wenn ich mal in die Einstellungen gehe, auch da bei den Resourcen, ich kann das hier nirgendwo finden. Und stattdessen sind wir einfach auf einer gebauten Map, wie es aussieht. Oh mein Gott, das ist nicht wahr, oder? Ich teleportiere mich einfach mal 200.000 Blöcke in eine Richtung. Oh mein Gott, und hier ist es normal. Wir haben 3 Euro ausgegeben für eine Map. Durch die der Spawn ein bisschen durchsichtig ist, durch Glasblöcke und sonst einfach alles normal ist.